Johanna, hilf mir doch! Nö, ich spiele lieber Nintendo. Was ist los Mädels? Johanna, hilf mir nicht. Weil ich lieber Nintendo spielen möchte. Ich habe die Idee, einen Haushaltsplan. In dem Haushaltsplan klären wir, wer putzt, wer los pflegt und den Geschirrspieler ein- und ausräumt. Das ist super. Finde ich auch. Und so muss Johanna auch was tun. Außerdem gibt es Belohnungen. Noch besser. Was gibt es denn für Belohnungen? Pizza essen, ein Spielzeug, Eis essen und ein Delocher Tierparkbesuch. Cool. Jetzt haben wir das Problem endlich gelöst. Ja, das ist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017